hallo und herzlich willkommen bei Welt.Gamble ich bin heute für auf die Ticket und heute habe ich mal wieder dieses Spiel hier.Ich werde es mal starten 11 Vollbild und dann warte mal.Ich mache mal kurz das Fenster zu. Da ist ja auch nichts. Mist. Da ist es wieder. Jut. Dann gucken wir mal was wir machen können. Es ist weiter Tag. Da ist er noch weiter. 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 Ich bin der Wurzell, der Wurzell. ich habe alle eins zu dorf rufen das sind zehn mit einmal. Na gut, da gibt es noch 3, 10 habe ich nicht, aber 1. Was gibt es da noch Schlimmes? Zum kaufen. Na gut, du hast ein Schlimmes. Ich würde ihn nicht mehr sagen. Das ist ein Schlimmes für mich. Ich bin ein Schlimmes für dich. Ich schreibe das Schlimmes. Ich bin ein Schlimmes für mich. Ich bin ein Schlimmes für mich. Das war's für heute. Erstmal alle ein bisschen aufleveln. Hmm, das ist fast. Das ist fast. Na gut, nehm ich doch einen anderen. Nimm ich den ja. Und meinen Hauptcharakter kann ich nicht wechseln. Gibt es ein bisschen. Ab Level 8. Gut, gehen wir mal in den Kampf rein. Gut, gehen wir mal in den Kampf. Geht ihr? Geht ihr? Geht ihr? Geht ihr? Geht ihr? Geht ihr, Geht ihr? Geht ihr? Geht ihr? Das war's für heute. Ich weiß, dass du nicht so gut verletzt hast. Der Schleuch! Der Schleuch! Der Schleuch! Das war's für heute. Das war's für mich. Ich habe das Gehirn geblieben, dann kann ich den Gehirn wiederholfen. Ich werde all die Schmerzen des Gehirns geben. Gehilfe des Gehirns! Oh, fertig. Einen von den dreien soll ich nehmen, nehme ich den, denn den muss ich sowieso noch hochleveln. Oh, das ist noch zu sehen. 5 kracht herr level 14 krieg die nächsten frei Hey, du nix im Platz. Das war's für heute. Was mir gerade auffällt, meine Nahtkämpfer sind hinten und meine Fankämpfer sind vorne. Ob das so richtig ist. Ich habe euch aber einpaus für mich auch wirklich abges ро finde ich! Ich sage Ihnen Ihre Harte sehr verehrt. Oh oh. Oh, das war's. Oh? Okay. Das ist schon ein bisschen mehr. Das ist auch cool. Man kann sich hier die Videos wieder anschauen. Das war's für mich. Das war's für heute. Hm. Ich hab die Macht. Ich will das Wort. Das ist meine使命. Ich habe die Zeit, die Zeit zu verraten. Das ist das die Zeit. Das ist das die Zeit, der Herr, die Zeit, die Zeit zu verraten. Kapitel 5-10 7-10 6-10 4-8 Ich bin ja noch gar nicht 5-10 5-10 5-10 5-10 6-10 7-10 8-10 8-10 8-10 9-10 9-10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 14 15 15 15 15 15 16 15 17 16 20 Da ist noch ein roter Punkt. Gut, wir haben ja die 10. Dann müssen wir halt die hier noch machen. Ich bin ein Koffer, ich nehme eine Koffer. Ich nehme einen Koffer, ein Koffer. Ich nehme einen Koffer. Begrüßt! Begrüßt! Ich bin hier, hier. Jetzt bin ich hier. Ich bin hier! Ich bin hier! Einmal zu zählen! Ich bin hier. Ich bin hier. Einmal zu zählen. Ich bin hier. Ich bin hier. Nice, nice, nice. Okay, ich muss einen besiegen, welcher ist das, der hier? Okay, ich muss einen schönen 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 schönen. Das war's. Ich habe die Möglichkeit, dass ich mein Leben für mich selbst zu leben kann. Ich bin ein Wettbewerb. Oh, das war ich dann. Ach, er wollte den Hasen haben. Da geht es nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Da auch nicht. Da geht es nicht weiter. Na gut, ich weiß nicht mehr wie ich hier weiterkomme, was ich hier noch machen muss. Mein Schnee ist leider nicht so gut. Gehe ich hier raus. Da komme ich noch nicht hin. Ich habe jetzt eine Katze. Sonst habe ich alle Punkte abgearbeitet, bis auf diese 8. Aber da weiß ich ja nicht weiter. Gut, das war es dann für heute. So darf ich es nicht. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.